so schaut euch mal das an. ich bin hier mitten am arbeiten und wer besucht mich da? ein wildbienchen irgendwas scheint so gut gebrauchen zu können was sich auf meiner haut befindet auch ein hübsches tier na komm jetzt geh schon wieder nach hinne das ist ein schärfer hähnchen komm geh die will nicht aber länger mache ich das video jetzt nicht die kleine lässt sich von meinen arbeiten die ich so mache nicht stören sie bleibt ich glaube ich habe eine neue freundin gefunden das meine frau erfährt woher sind wir dann hier sehen wir irgendwas scheinen sie ganz besonders zu reizen okay ich bin natürlich reizend klar ein reizender typ so fertig geht es